Perfekt. So. Shelf haben wir schon mal gebaut. Nächste Sache. Ja, ähm. Ich würde sagen, ich muss Emeralds suchen gehen. So schlimm es auch klingt, aber ich muss es tun. Und? Nein. Ein Solarhemmel baue ich mir davon. Ich bin nicht. Das wäre zu viel des Guten auf einer Seite. Ähm. Ja. Natürlich habe ich vergessen, mein Inventar zu leeren, bevor ich aus dem Haus gehe, wie immer. Weg mit euch. So. Und jetzt, ähm, gehen wir mal durch die Landschaft, gucken uns... Ich weiß, was ich noch vergessen habe. Aber, ey, das kann ich ja nur mit Sticks bauen und Sticks habe ich im Moment nicht. Also. Wir suchen ja Kohle und wir suchen... Wir suchen emeralds. Kann man emeralds nicht nur mit den Villagern oder so tauschen? Oder sowas in der Richtung. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau, wie man es machen konnte. Vielleicht habe ich hier... Nein. Hier habe ich nichts mehr drin. Das ist jetzt wirklich, wirklich scheiße. Scheiße. Was wir hier liegen haben. So. Fall. Fahr. Ne. Tut mir leid, aber wir haben hier auch keine Kohle mehr. Hm. Haben wir hier noch Kohle? Hier haben wir Kupfer. Iron. Iron. Kohle. Super. Immerhin etwas, was ich brauchen kann. Zumal man das super für Fackeln gebrauchen kann. Ja. Dann werde ich jetzt die letzten 20 Minuten mit Farm verbringen. Würde ich mal sagen. Denn ich habe ja sonst nichts zu tun. Das war etwas hart, die Landung. Ja. Mal gucken, was wir hier so finden können. In dieser weiten Welt. Da hinten waren wir ja noch nicht mal drauf. Hier waren wir ja noch nicht mal. Ne. Komm, beeil dich mal ein bisschen, bitte. Ah. Zwei Creeper. Keine gute Idee. Boah. Huuu. Also garantiert mal Fackeln aufstellen. Wäre hier eine gute Gelegenheit, denn diese Überraschung sind nicht die schönsten. Garantiert. Hier haben wir einen. Da oben haben wir ein bisschen. Dreh dich. Dreh dich. So. Und da vorne haben wir ein bisschen von dem Zeug. Können wir wieder mitnehmen. Aber jetzt fange ich wieder an, alles mitzunehmen. Das geht eigentlich. Wollte ich das gar nicht. Äh. Quarz. Ne. Brauche ich nicht. So. Die Frage ist, wo gehe ich jetzt hin? Gehe ich einfach mal. Da vorne ist noch ein Spalt. Gut. Schön. Oder auch nicht. Ja, okay. Braucht man jetzt nicht so unbedingt. Da war ich schon. Huh. Ha. Kohle. Super. Es gibt auch nichts Schöneres als Kohle, wenn man sie braucht. Und es gibt auch nichts Schöneres außer, als Aptide brauche ich nicht. Einen Stoff, wenn man ihn braucht. Da. Oh. Das war ein heftiger Ruckler. Boah. So langsam tun mir auch wieder die Augen weh, denn diese Lampe scheint mir immer genau ins Gesicht, damit man mich halbwegs, äh, sieht. Ach, davon ist der Nächste. Gut. Ähm. Denn sonst schafft das leider die Kamera nicht. Naja. Man kann ja nicht alles haben, ne? Gibt's überhaupt nichts. Kohle. Aptide. Ja, mit dir. Juhu, jetzt hab ich ein Stück Kohle bekommen. Oh, was ist denn hier vorne? Sehr schön. Ja, komm ruhig her. Und ich muss mal kurz die Nase putzen, also stopp. Und wir sind wieder da. Hoffe ich jetzt mal einfach, dass ich das nicht vergesse rauszuschneiden. Stürb. Stürb und reparier dich, du Ding. So. Kohle, 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 Kohle. Schön viel Kohle. Ja, die Level kann ich jetzt natürlich nicht irgendwie verschwenden, weil ich kein... Doch, ich hab ein Magic-Table, aber ich hab nicht genug Leder dafür. Das ist das Problem. Okay. Oh, mein Gott. Hallo. Stopp doch gefälligst etwas schneller das nächste Mal. Oh, mein Gott. Ähm, ja. Essen. Aua. Okay. Hier ist eine große Höhle. Eine sehr große Höhle. Tja. Boah, Fledermaus, ne? Sinn. Boah, hier ist so viel Zeug. Aber ich möchte das jetzt nicht... Ich suche ein gewisses Teil. Salfa. Salfa. Ähm. Da komme ich im Moment nicht dran. Sinn. Hier haben wir wieder ein bisschen... Schön. Sehr schön. Ja. So. Okay. Das ist ja Riemen. Aua Erstmal wechseln Boah, ich muss mir irgendeinen Shortcut zurechtlegen Für Minecraft, dass ich schnell auf mein Schwert wechseln kann Denn Schon das mit dem Mausrat, das dauert mir irgendwie nicht zu lange